Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran. Eine ganze Stadt. Einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort. Für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Ein einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Passion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Unumkehrbar.